Wow! Das hat die Fans, die diesen Spieler so dringend wollten, verrückt gemacht. Ein weiterer Fehlschlag unserer Vereinsführung. Leider ist es sehr nah dran, Wirklichkeit zu werden. Halte dein Herz fest. Aber bevor ich es dir erzähle, überprüfe, ob du, als echter Fan, schon den Kanal abonniert und die Benachrichtigungen aktiviert hast, um immer über alle Neuigkeiten informiert zu sein. Eintracht Frankfurt bekommt ein Nein von einem offensiven Spieler und sieht den Neuzugang zu einem anderen Bundesligisten wechseln. Eintracht Frankfurt ist auf dem Transfermarkt aktiv, um Verstärkungen für die nächste Saison zu finden, hat aber ein Nein von einem sehr begehrten Spieler erhalten. Der Sportdirektor Markus Kröscher arbeitet daran, das Team von Dino Topmäler zu stärken, um in der kommenden Bundesligasaison eine herausragende Position zu erreichen. Doch scheint der Verein Assan Auer-Edraogo vom FC Schalke 04 verloren zu haben, der anscheinend einen anderen Weg eingeschlagen hat. Auer-Edraogo, 18 Jahre alt, steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München, wie Informationen von Sportbazer und BILD berichten. Obwohl der Vertrag noch nicht abgeschlossen ist, befindet er sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Das junge offensive Talent soll einen langfristigen Vertrag beim Bayern unterschreiben und könnte zum FC Schalke 04 zurückverliehen werden, um mehr Erfahrung zu sammeln. Eintracht Frankfurt, das in den letzten Wochen und Monaten hart daran gearbeitet hat, Auer-Edraogo zu verpflichten, geht leer aus. Das Angebot von Frankfurt beinhaltete einen Vertrag bis 2029 und das Versprechen von Spielzeit in der Bundesliga etwas, das der Spieler nicht sofort hätte, wenn er zum Bayern wechseln und an Schalke ausgeliehen werden würde. Neben Eintracht und Bayern zog Auer-Edraogo auch das Interesse großer Premier-League-Klubs wie Liverpool, Manchester United und Breiton und Hove Albion auf sich. Italienische Klubs wie Juventus, AC Milan und Inter Mailand hatten ebenfalls ein Auge auf das junge Talent geworfen. RB Leipzig war ein weiterer deutscher Klub, der an dem Spieler interessiert war. In der letzten Saison der zweite. Bundesliga bestritt Auer-Edraogo 17 Spiele, erzielte drei Tore und gab zwei Vorlagen. Sein Fortschritt wurde durch einen Sündesmose-Bandriss, Adduktorenprobleme und eine Knöchelverletzung behindert, aber sein Potenzial zieht weiterhin große Klubs an. Adlerträger, erzähl mir in den Kommentaren. Hast du dein Ankunft von Auer-Draogo für Unseer-Bases zur Besserin-Laystung unterstutzt? Oder denkst du, er hätte keinen Unterschied gemacht? Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, um Unterstützung für den Lieblingsverein zu zeigen und abonniere den Kanal, indem du die Glocke aktivierst, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Update-Video erscheint. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir.